Die Piumin Holding in Herzogenburg wurde 1983 gegründet und entwickelt, produziert und vertreibt nachhaltige und qualitativ hochwertige Futtermittelzusätze und Vormischungen für internationale Märkte. Innovation. Fumsalm. Gifte von Schimmelpilzen, sogenannte Mykotoxine, sind ein hochaktuelles Problem in der Landwirtschaft. Weltweit sind über 50% der Futtermittel mit Fumonisinen verunreinigt, die bei Nutztieren zu schweren Erkrankungen und sogar zum Tod führen können. Wird dem Tierfutter das Enzym Fumsalm zugesetzt, lässt sich dieses Problem lösen. Fumsalm baut Fumonisine während der Verdauung im Tier zu ungiftigen Stoffwechselprodukten ab. In einem neunjährigen Forschungsprojekt gemeinsam mit nationalen und internationalen Kooperationspartnern wurde das Fumonisin abbauende Bodenbakterium identifiziert und daraus das verantwortliche Enzym isoliert. Was ist nun der größte Vorteil? Unser Fumsalm ist weltweit das erste Enzym, das Mykotoxine, also Schimmelpilzgifte, abbauen kann und damit ist es erstmals möglich, solche Pilzgifte im Verdauungstrakt von Nutztieren durch enzymatische Hydrolyse abzubauen und zu entgiften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017